Hallo Werder Bremen-Fans, willkommen auf dem Kanal. Hier bringen wir Ihnen die neuesten aktualisierten Nachrichten von unserem Team. Abonnieren Sie also bereits den Kanal, damit Sie die nächsten Neuigkeiten, die wir hier bringen, nicht verpassen. Gute Nachrichten für Niklas Füllkruck Das Werder-Talent blickt gespannt auf seine berufliche Zukunft. Kürzlich wurde er zum zweiten Mal in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft berufen. Warum Trainer Hansi Flick ihm gute Laune macht, hat der Profi des SV Werder Bremen jetzt verraten. Es ist erst seine zweite Einladung in die Nationalmannschaft. Füllkruck schaffte es im vergangenen November in letzter Sekunde in den WM-Kader. Im Testspiel gegen Oman feierte er sein Debüt in der Nationalmannschaft und das mit einem Tor. Es folgten zwei Teilnahmen an Weltmeisterschaften mit zwei weiteren Toren. Niklas Füllkruck war einer der wenigen deutschen Sieger beim WM-Auftakt in Katar. Wie alle heimischen Spieler wurde der 30-jährige bis Sonntagabend im Hotel Melia Frankfurt City erwartet. Dort beginnen die Vorbereitungen des DFB-Kaders auf die beiden Testspiele gegen Peru. Die WM-Enttäuschung muss die deutsche Nationalmannschaft schleunigst in eine EM-Euphorie verwandeln. Und das geht am besten durch gute Testspiele. Füllkruck gilt dabei mit seiner erfrischenden Art auf und neben dem Platz als einer der Hoffnungsträger. Und du Fan von Werder Bremen? Glauben Sie, dass er in der deutschen Nationalmannschaft gut abschneiden wird? Sag es uns in den Kommentaren. Ihre Meinung ist Werder sehr wichtig. Und denken Sie daran, den Kanal zu abonnieren, um die neuesten Nachrichten nicht zu verpassen. Vielen Dank. Vielen Dank.